Servus Freunde, willkommen zu Man of Medan. Servus Freunde. Das wollten wir schon sehr lange spielen, nur sind wir irgendwie nie dazu gekommen. Ab jetzt spielen wir es. Für die, die es nicht kennen, das ist so ein, also falls euch Antildorn was sagt, das ist so ein interaktives, storybasiertes Game, wo du Entscheidungen treffen kannst und je nachdem was du für Entscheidungen trifft. Ändert sich die Geschichte? Genau. Yes. Let's go, oder? Okay, let's go. Also wir müssen auch sagen, Antildorn hat uns sehr gut gefallen. Ah, du musst dir noch ein Profil aussuchen, gell? Ne, ich musste noch bereit drücken. Also Antildorn haben wir auch direkt an einem Stück durchgezockt. Wir werden wahrscheinlich auch das hier jetzt direkt an einem Stück durchzockt. Genau. Das hat anscheinend eine Spielzahl von fünf Stunden, also je nachdem wahrscheinlich wie lange man braucht oder so. Das sind zwei Ranked Games mit drei Deutsches, oder? Ist so. Ist so. Das sind drei Q's. Ja, das finde ich so. Von der Geschichte haben wir auch nicht wirklich Ahnung, also das ist komplett blind, aber es ist ein Horror-Game auf jeden Fall. Aber es ist Horror. Ja, ja, ist Horror. Ich habe auf dem Cover so eine Tussi gesehen, die absolut krass aussieht. Ja, ja. Ich wollte schon was Falsches sagen. Wir haben uns auch vorgenommen, um weniger Ausdrücke zu verwenden. Genau. Mal schauen, wie lange das hält. Spätestens wenn wir jemanden abgrundtief hassen, dich. Ja. Ah, das muss man schon laut machen. Die Musik ist immer ganz geil bei sowas. Naja, Mann. Na, gönn dir, Bruder, gönn dir. Hm. Okay, Kumpel. Wir sollten mal langsam zum Schiff zurück. Drei Radler getrunken und die sind besoffen. Ich wollte schon sagen, Digga. Jeder hat zwei Bier da gehabt. Sieht ganz so aus, als hätte Charlie heute noch so einiges vor. Also ich kann dir jetzt schon sagen, so wie der Typ drauf ist, den werde ich hassen, Digga. Ja. Kann ich kämpfen? Hey. Gib mal ein Quarter. Wieso? Gib doch uns dir Geld, Bruder. Gönn doch ein bisschen. Gönn doch. Gönn doch ein bisschen. Wie der schon guckt, Digga. Was wurschtest du da rum, Bruder? Ja, sorry, Digga. Ich hatte hier technische Schwierigkeiten. Schmutz dieses System. Ich dachte, jetzt kommt schon direkt Schmutz dieses Game. So. Ich kann mich zwischen einem Drachenstein und einem Bambusstein entscheiden, so. Digga, nimm Drache, Alter. Aber das wäre so obvious. Ach so. Dann nimm Bambus. Aber vielleicht erwarten sie das, dass du das erwartest. Scheiße, denkst du, die haben darauf gewartet, dass ich das erwartet? Oh Gott. Bin ich wohl sowas wie ein Karate-Meister? Kein Problem. Warum ich in diesem Baid-Chi-Shang langfahe Zeit? Klar. Erzähl deinen Freunden von mir, hm? Oha. Chill doch. Was schnur ist, Digga? Wie lange brauchst du eigentlich? Ja, klar. Krass. Aber ich versuche auch den Hau den Lukas. Viel Glück. Hast du vielleicht noch ein Quarter dabei? Digga, bist du eigentlich broke? Bin ich dein Sugar-Teddy eigentlich, oder? Ach so, jetzt mache ich das, was du gemacht hast. Was erwartet mich denn so? Wie du dich hier bei? Jo, sie wollen mal. Äh. Warte, 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 warte. Ich nutze B zur Auswahl. Ah, okay. Zahlt mir der alte Joe die 50 Cent je zurück, die ich gerade investiert habe? Wo ist mein Geld, Digga? Oh. 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 Oh, Fick, mein Lieber. Ich verliere schon gegen diese Ruhe, Alter. Ja, ich habe nichts gesehen. Playstation-Gedanke. Ach so. Soll ich an dem Stein sehen? Hast du... Halt hier gedrückt, um den Berg aufzuschieben? Okay, zeig mal her, Digga. Zeig mal her. Eine Blume, Digga. Ich glaube, ich. Ich glaube, ich. Aber auf viel Fall. Ich habe mich nicht gewinnt. Dadurch, dass du mich unterbrochen hast, habe ich rausgefunden, was... Ne? Du hast... Dadurch, dass du früher mit dem Spiel vorbei warst, hast du die komplette Story schon geändert. Echt jetzt? Ja, ja. Ach so. Ja. Ja, warte. Ich habe aber schon lange gebraucht. Ich habe diesen Karate-Dings komplett durchgezogen. Ja, ich bin... Ja, ja. Aber ich habe länger gebraucht, glaube ich. Okay. Weil der Typ wollte gerade zu Ende reden und du hast sie nicht mal zu Ende reden lassen. Bei mir. Ja, krass. Und ich wollte gerade den Stein umdrehen und ich konnte... Ich habe nicht mal gesehen, was auf der anderen Seite war. Aber scheiße. Ja. Okay, bei mir war eine Blume, Alter. Okay. Ich konnte mich auch zwischen was anderem entscheiden als du. Ein Hahnstein und irgendwas anderes. Ja. Wasserstein, was auch immer so. Du hast mich gefickt, Bruder. Du hast meine Geschichte gerade gefickt. Wahrscheinlich läuft gleich eine Katze gegen so einen Spiegel und macht's kaputt. Mann! Hey, wo sind... Wo sind meine 50 Cent? Was bist du, Alter? 50 Cent? Komm schon, Alter! Alter! Du bist ja ein Kleiner mit meiner Familie. Gib dein Geld, Digger! Weißt du, wie ich dafür gearbeitet habe? Das hast du verdient, das weißt du schon. Alter, du bist ja ein Kleiner. Du bist ja ein Kleiner. Sind diese Männer einfach absolut Sturz betrunken! Er kommt auf die Krankenstation! Er ist ihm gefallen! Schmeißt den anderen ins Loch! Und lasst ihn da! Ich will ja nichts sagen, gell! Aber das ist gerade komplett meine Schut! Weil ich hab den kinesischen Typ da hab ich gefragt, wann gibt er mir mein Geld zurück? Du bist so ein Kleiner, gell! Unglaublich! Wegen 50 Cent machst du so eine Szene, Alter! Wir hätten jetzt noch uns ins Bett schleichen können, so! Ich hör! Aber ich kann wieder aufstehen, aber nein! Ich bin im Loch gelandet! Du fällst dich mit der Klassenstation! Du fällst dich mit der Klassenstation! Bruder, willst du mir grad sagen? Du findest die Grafik nicht wack? Ja, mein Gott! Für solche Spiele ist es schon okay! Also, wack ist jetzt nicht... Wack ist was anderes, Digger! Also, absolut Scheiße kannst du jetzt nicht sagen! Ja, ja, gut! Ich hab jetzt nicht absolut Scheiße! Digger, wack ist für mich absolut Scheiße, Digger! Aber, ja, gut! Jetzt, wo ich mir sein Gesicht näher anschaue, denke ich mir schon... Digger! Ich glaub, die haben da nicht dieses Aufwärtige gemacht, wie bei Antil! Ich glaub auch nicht! Antil Dorn war schon heftiger! Ja! Also, mein Typ hat gerade der absolute Alter! Ne, warte! Das ist dein Typ, Digger! Oh, ne, warte! Das bin ich! Siehst du gerade dich selbst oder meinen Typ? Ich seh mich selbst! Ah, okay! Oder bist du das? Bin ich gerade aufgewacht von dem Albtraum? Puder, ich weiß nicht, die sah für mich beide gleich aus! Oh, ich kann doch laufen, Digger! Lauf mal! Hallo? Ah, ich glaub ich... Ne, ne, jeder läuft für sich gerade! Ja, okay! Warte, 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 warte! Spiel pausiert, wie sagst du pausiert? Ich hab nicht pausiert, oder ich... Bereit? Mach bereit! Ich hab Kreis gedrückt, oder R1 gedrückt! Jetzt gehört doch auch Kreis zu drücken, oder R1 zu drücken! Ja, okay, Digger! Du musst ja Sachen öffnen! Achso, mit A, ne? Okay, warte mal kurz! Was ist das da? Oh! Oh! Ah, da ist meine Krankenakte! Ist sie, warte! Ähm... Dienstbetrunkenes Verhalten! Digger, ich hab mein Kleingeld gefunden! Digger, ich hab mein Kleingeld gefunden! Ich hab mein Kleingeld gefunden! Ich hab mein Kleingeld gefunden! Ich hab grad ne Leiche gefunden! Ich hab grad ne Leiche gefunden! Ich hab mein Kleingeld gefunden! Das war nicht so einfach! Der wacht auf der Klackenstation aus! Ich hab meine Leiche! Ich hab meine Leiche! Ehm... 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 Irgendwas sinnvolles? Ehm... Ah, sorry! Diese Taste, die ergibt keinen Sinn! Warum ist das bei R1? Ja, ja... Ich überleg grad, ob es noch andere Möglichkeiten gibt, zu hinterher... Ehm... 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 Alles klar! Ich hab hier sonst nichts! Ich geh jetzt mal, äh... Warte... Irgendwann erzähl irgendwas! Ja, ich glaub ich such hier sinnlos zu viel rum! Ich glaub auch! Wir schieben hier grad Filme! Ja, ist so! Alter! Ich würd gern den Safe da öffnen! Aber ich glaub ich komm nie wieder hierher, wenn ich hier rausgehe! Die Bewegungen bei diesen Games sind immer schon heftig gewesen! Übel! Oh, okay! Digga, ich komm hier gar nicht weiter! Oh! Muss ich echt den Safe öffnen, oder? Was? Oh! Warte! Bist du los? Ja! Hallo Charlie! Wie läuft dein Urlaub? Oh! Hol mich endlich hier raus! Digga, genau so hast du mich hier grad zugeheult! Ja! Ja! Ich auch! Und da war, äh... eine Leiche! Was? In der Krankenstation! Hier stehen wir's nicht! Los raus hier! Ja, Digga ist halt die Krankenstation, mein Gott! Wo wir zu Leichen sonst hinbringen! Ja, aber die war da jetzt nicht so verstaunt, als ob jemand dachte... Okay, Digga, der wird hier noch weitergearbeitet! Der lag einfach in so einem Kleiderschrank drin, was er warnt ist! Nee, Digga! Warte, kann ich auch woanders lang gehen? Ah ne, da ist... Warte, warte! Guck mal, hier! Du denkst so, er ist normal da rausgekommen! Achso, kann ich sehen! Warte, warte, warte! Okay, okay, warte! Komm hier rein, der Arme! Ich hab die Schranktür aufgemacht und er lag da! Digga, ich weiß nicht! Das ist... Team's legit, Digga, für mich! Ja, ja, ja! Das ist ja suspekt! Das ist auf jeden Fall suspekt, Digga! Hatte der irgendwas bei sich? Ich glaube, hier stimmt was nicht! Wir sollten in dunkle Räume gehen und suchen! Vor allem ist ja keiner mehr, gell? Wenn ich diesen Offizier finde, den schlage ich erstmal in die Fresse, Alter! Wer ist das Kind auf dem Bild gewesen? Keine Ahnung! Ja! Ich hab's mir angeguckt, auf jeden Fall! Geh doch weiter, Digga! Ja! Du kannst auch voran gehen! Es geht nicht mehr voran! Also, ich mein, ein anderer Richter! Warte, ich bin vorher nach links gegangen! Gehen wir mal nach rechts! Wir kommen doch grad von hier, Digga! Warte mal, das ist ne Wand vor mir, oder wie? Guck mal! Ja! Ist das ne Wand da? Wo? Jetzt ruhig hinkucken! Ruhig hinkucken! Also, gerüchte ich doch mal was zu sonst! Weiß was cool wäre? Weiß was cool wäre? Weiß was cool wäre, wenn den die Re-Moyler sich so bewegen würden mit unserem Sprechen? Alter, das wär ab! Nochmal! Kräftig so, ne? Das wär so! Achso, hier war ich drin! Hier war ich drin, alles gut! Schauen wir mal in euer heutiges Zimmer! Geh also wieder hier raus! Jaja! Jaja! Der läuft! Ich krieg nen Anfall, wie die laufen, gell! Ich krieg nen Anfall, wie die laufen, gell! Stabil, Hula! Du hast vorbei! Drücke ab, Rhythmus mit dem Herzschlag! Bruder! Kapierst du's? Ich glaub, du musst dann dazwischen halten, oder? Oh shit! Ich hab absolut verkackt! Ich auch! Ich hab absolut verkackt! War das gar nicht der Typ, der sich ausmachen? Ja, ja! Aber wieso ist der vor uns weggerannt? Ich hab Schluss mit dem! Okay, ähm, da wir absolut verkackt haben, der ist da lang, gell! Nee, eigentlich in die Anrichtung, alles anders, wobei gerade! Aber wie es sich gehört in Horrorspielen geht mal zurück! Ja, natürlich geht man da hin! Da wo die Geräusche herkommen, geht man immer hin! Äh, was war das? Ich weiß nicht, Digga! Was fragst du mich das? Ich seh das gleiche wie du! Ähm... Öffnen! Da hinten ist... Da sind zwei Türen! Hast du? Die macht eh nicht auf! Ah! Ah, okay! Was jetzt, wenn du es machst? Vielleicht passiert da was anderes? Gute Frage! Nein! Okay, sie ist verriegelt! Ich wollte nur noch mal sicher gehen, Digga! Ich will ja nicht sagen, dass sie sich wie die absoluten Bots bewegen, aber die bewegen sich wie die absoluten Bots! Hey! Joe! Hilf mir doch, Digga! Drücke mehrmals A! Schlechte Stelle, das schwarze muss zu werden! Ah, okay, hast du gesehen? Hey! Nein, nochmal! Okay, okay! Das muss zu werden, wie voll die Zeit auswählen! Jetzt hilft mir doch, Digga! Kannst du auch was alleine machen! Ah! Okay, okay! Ja! Scheiße! Bruder! Du sagst das! Totale Scheiße! Erstmal durchlaufen! Hast du gerade das Blut auf dem Boden gesehen? Nein! Nein! Ich habe nicht darauf geachtet! Die Gemeinde guckt wie ein Psycho! Ich schwör's dir! Der wurde erschossen, gell? Echt? Der hatte eine Schusswunde am Rücken! Okay! Lauf doch weiter, Dig! Gott! Noch eine Leiche! Wer das wohl ist? Scheiße! Wer ist das? Buckley! Buckley! Keine Ahnung, wie das ist! Es war doch immer alles in Ordnung mit ihm! Er wollte sogar extra Wachdienst schieben! Also hier ist ein Geist irgendwo, wenn ich seine Augen schon seh, Dig! Naja! Es geht hier so! Geh mal runter hier! Was gibt's hier hinten noch? Weiß nicht! Gibt's hier noch was? Nö! Okay! Dann da runter! Da steht Danger! Aber was soll's! Gefahr! Digi! Mein Charakter! Ich fick's an! Wir wollten nicht beleidigen! Es tut mir leid! Okay, Digga! Die Kamerasicht von hinten, Dig! Ich liebe es! Ah, ey! Schneller gehen! Okay! Halte Elb! Oh! Danke, Alter! Ich dachte schon! Ich geh mal hier lang, Bruder! Also aufteilen! Das ist das Beste! Das ist nur das Beste! Ist so! Ist das hier so? Oder hast du auch gar so ein blödes Gefühl? Sehe ich so aus, als würde ich über meine Gefühle reden? Okay, ich bin hier in der Dings Garage, Bruder! Hier ist auf jeden Fall gesperrt gewesen bei mir! Also geht's bei dir nicht weiter? Ja! Okay! Dann komm zu mir! Also eine riesen Halle hier mit Autos! Äh, nochmal zwei Leichen! Easy! Jo! Komm mal her! Komm doch her, Ding! Jo, und ein paar mehr, ne? Oh, äh, okay! Okay! Oh, Kehle aufgespitzt! Ich glaub, die töten sich gegenseitig, kann das sein! Oh, Bruder! Gib mir ne Waffe! Ja, Mann! Ich bin das nicht! Doch, das bist du! Ich glaub, hättest du die Leichen zuerst gefunden, hätte ich das, äh, hätte ich die Waffe genommen! Ich hab die Waffe! Ja, ne, ne, ich mein, ich weiß, dass du die Waffe hast! Ja, berühm dich doch! Digga, dein Typ guckt wie ein Psycho! Will ich nur mal sagen! Digga! Da hinten sieht auch aus wie so ein Sexualstrafzimmer! Okay, alter! Guck mal, die Augen, Digga, die guckt schon aus! Oh, fuck, Digga! Da liegt ne Leichen und er hat zu mir gedacht, er soll auf! Nichts Gutes! Ähm, Verstecken erkunden! Bruder, ich erkunde natürlich! Ist doch klar! Ruhig doch aufs Kind zu! Oh, oh! Oh! Ich kämpfe jetzt gegen das Kind, Digga! Dein Ernst? Oh, scheiße, ich war zu langsam! Ein Bruder, da ist ein absoluter Tycho vor mir! Oh! 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 Bin ich tot, Digga? Hä? Die flessige Blute wie doch was! Ich glaube, ich bin tot, Digga! Ich glaube, ich bin tot, Digga! Ich habe aber getroffen! Das ging so schnell, dass ich ihn nicht treffen konnte! Mayday! Mayday! Irgendjemand da? Hallo? Hört mich da draußen jemand? Wie lautet Ihre Position wiederholen? Wie lautet Ihre Position wiederholen? Wie lautet Ihre Position wiederholen? Ach, komm schon! Komm schon, verdammt! Oh, oh! Was denn ist das? Ach, Alter! Nein! 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 Digga, meiner kommt dann mit seinem zwei Zentimeter Kuh zu fix! Ja! 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 Bist du gestorben? Ich glaube schon! Ok, dann sollten diese beiden Charakter für gar nicht überleben, wahrscheinlich, oder? Ja! du hättest den typ sehen müssen vor mir sein gesicht war abgezogen der hatte nur noch so eine rote hässliche fresse alter dieses kind oder bei mir war es ein erwachsener bei dem teil jahr ich offen die Tür zu heaven und hell zu late, zu late, zu all fare well mein Herz ist jung, so keep mich well als long as God in heaven dwells your soul, your soul shall scream in hell oh, oh, oh okay hallo krass ja oben, Alter ey, das ist von Fullmetal Alchemist hä? die Melodie? ja sicher? ach doch, doch das klingt schon ein bisschen, das klingt ein bisschen so auf jeden Fall oder von mir, von dem Game ah, das ist einfach ein klassisches Lied der Kurator der Geschichten Geschichten über Liebe und Hass Gier und Schönheit Leben und Tod Geschichten wie diese ich bin hier, um ihre Geschichte aufzuschreiben denn diese Erzählung ist noch nicht abgeschlossen sie bestimmen, wie sie ausgeht und ihre Entscheidungen bestimmen auch wie das Leben all derer verläuft, die ihren Weg kreuzen oder ob es endet wir alle fällen Entscheidungen nach unserem eigenen moralischen Kompass und müssen dann mit ihnen leben oder durch sie sterben aber fürchten sie den Tod nicht er ist schließlich unvermeidlich es ist der Preis für das Privileg des Lebens und wir zahlen ihn irgendwann alle doch niemand zahlt wohl gern früher als er muss oder manchmal werden sie die Geschichte gemeinsam erkunden manchmal jeder für sich was einer tut mag dem anderen sinnlos erscheinen denn wir haben alle andere Perspektiven aber wie im Leben hat alles Konsequenzen wir sind alle anders behindert ihre Entscheidungen beeinflussen immer auch andere ich behalte ihren Fortschritt im Auge ich werde mich nicht einmischen doch vielleicht gibt es von mir bisweilen einen Hinweis hier ist einer für sie es gibt Bilder in dieser Welt die ihnen etwas zeigen Zukunftsversionen können sie sie finden und studieren treffen sie danach womöglich bessere Entscheidungen oder sollte ich sagen Entscheidungen mit den Auswirkungen die sie wünschen das war's im Moment wir sehen uns bald schon wieder und haben dann Gelegenheit ihre Aktionen sorgfältig zu analysieren oder das hinterlassene Chaos ja das war schon nice Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung sie helfen uns das auszudrücken was wir als Firma anders sehen als andere b